Das Top-Thema hat auch mit Verkehr zu tun. Ich war wirklich ein bisschen überrascht. Wir können ja mal hier Szenario-Planung machen, nachdem wir uns diese Meldung angeschaut haben. Es sind nur wenige Minuten, die Dresden heute Nacht vor einer Katastrophe bewahren. Die letzte Straßenbahn fährt 2.50 Uhr über die Carola-Brücke. Wenig später krachen rund 100 Meter Beton und Stahl in die Elbe. Dieser Brückeneinsturz hätte auch wann anders passieren können, nämlich tagsüber. Mit einer Straßenbahn drauf. Es ist wohl, hören wir dann nachher gleich, eine der vielbefahrensten Dinger. Ich finde es erstaunlich, wie schnell das in der Diskussion dann gar keine Rolle spielt. Also wie viel Glück das war. Glück im Unglück, sagt man. Ja, unglaublich. Also vor allem, wir erinnern uns an Genua, als da vor ein paar Jahren diese Brücke eingestürzt ist. Und da halt eben nicht so glücklich, sondern am helllichten Tag viele Tote und es war eine internationale Meldung fast. Also es war so schockierend irgendwie und jetzt bricht diese Brücke dann nachts ein und eigentlich interessiert es am nächsten Tag schon keinen mehr. Einfach, weil man das Glück hatte, dass es halt mitten in der Nacht ist. Das ist schon krass. Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man sagt, in den nächsten 24 Stunden bricht eine Brücke zusammen, würde man doch auf die paar Momente tippen, in denen gerade eine Straßenbahn rüberfährt und nicht nachts, wenn eigentlich nur das Eigengewicht und so drückt. Also die Unwahrscheinlichkeit dieses Nichtereignisses oder die Wahrscheinlichkeit des Nichtereignisses ist, finde ich wirklich, wie man so schön sagt, frappierend. Denn hier hätte auch ein Ereignis passieren können, das uns tagelang beschäftigt, monatelang, wochenlang und noch dazu der Ort, wo es passierte. Denn wir hatten ja noch ein anderes Ereignis, wo es auch nur unerklärliche Unwahrscheinlichkeit ist, in der sowieso schon großen Unwahrscheinlichkeit, dass sowas passiert. Aber das ist passiert, aber dann durch Zufall irgendwie nicht dort. Aber es deutet sich eine sogenannte 5B-Wetterlage an und das kann für Tschechien, insbesondere Österreich, aber auch Sachsen und Bayern, um zu uns zu schauen und weitere Gebiete bis zur Adria wirklich Unmengen von Regen geben. Wie gesagt, jetzt kann man noch nicht genau sagen, wo das ist, aber die Adria ist 5 bis 8 Grad so warm und deswegen ist sehr viel Energie in der Atmosphäre. Ja, da ist sehr viel Energie in der Atmosphäre und wir sehen bei Sven Plöger hier auf dem Bild so eine Grafik starker Dauerregen möglich und der Schriftzug zieht sich oben vom Rande Brandenburgs bis runter nach schon jenseits Po-Ebene. Irgendwo dort passiert es halt. Es hätte genauso gut, in Dresden, in der Minute des Straßenbahns stürzt die Brücke runter, platsch, noch 200 Liter pro Quadratmeter Wasser oben drauf. Also wirklich erstaunlich, denn man wusste wirklich nicht, wo fällt der Regen hin. Bedeutet, auch wenn man jetzt noch nicht genau sagen kann, wo das Niederschlagsziel ist, wir haben eine Karte entsprechend vorbereitet, die Sie hier sehen, mit etwas anderem Ausschnitt. Sie finden hier Österreich, Sie finden hier Tschechien und dort können sehr große Regenmassen zustande kommen. 100 bis 200, lokal 300 Liter auf den Quadratmeter bis zum Sonntag. Wie stark Sachsen und Bayern betroffen sind, das sind die betroffenen Bundesländer in diesen Fällen, das lässt sich im Moment noch nicht sagen. Oben in den Alpen sind ein bis zwei Meter Neuschnee möglich. Die Schneefallgrenze geht runter auf 1300 bis 1500. Ja. So, das ist jetzt ein paar Tage her und wir reden schon wieder über Migranten. Ja, ich fand ja auch die Doppelung von der Jali schon gar nicht so schlecht, weil das ist ja auch ein Gedanke, den man unmittelbar hat, oder? Also es regnet in einer Region so unfassbar viel und gleichzeitig hat man irgendwie Grenzkontrollen. Und es fügt sich irgendwie so zusammen, also was, wenn diese Katastrophen schlimmer werden, was, wenn diese Katastrophen öfter werden. Und dann steht da so ein deutscher Polizist an der Grenze und dann steht da jemand aus Tschechien irgendwie mit seinem Hab und Gut und will weg aus dem Regen und mal kurz für drei Wochen irgendwie im vergleichsweise trockenen Sachsen sitzen. Und dann werden sie da nicht durchgelassen. Also da bauen sich ja quasi schon so Katastrophen auf, die man sich richtig vorstellen kann. Wenn das jetzt alles zusammen mal wirkt irgendwie und wie abseits man eigentlich von allem irgendwie gerade politische Entscheidungen, auch politische Themen setzt. Also es ist wirklich ganz erstaunlich. Und heute an diesem Wahlabend, wir kommen natürlich auch nochmal auf Brandenburg zu sprechen, aber ich habe es jetzt gerade noch. Es ist 18.04 Uhr und die ARD spricht mit Kevin Kühnert über die bundesrepublikanische Bedeutung. Und es ist 18.05 Uhr und im ZDF ist Carsten Linnemann zugeschaltet zur bundesrepublikanischen Bedeutung. Der darf nochmal über die Ampel jammern, aber Woidke gratulieren. Und dann ist es 18.07 Uhr und plötzlich ist Linnemann in der ARD, um über die bundesrepublikanische Bedeutung und die Ampel zu reden. Und dann ist es 18.17 Uhr und man weiß gar nicht, wo man hinschalten soll, weil Weidel jammert über die Ampel in der ARD, gleichzeitig Rupalla im ZDF. Und dann ist es 18.30 Uhr und man hat nochmal Alexander Gauland eingeladen, warum auch immer. Warum nicht? Genau. Und dann führt aber der Typ, der den Wahlabend da für die ARD gestaltet, eine inhaltliche Diskussion zum Thema Migration mit Alexander Gauland. 18.30 Uhr. Ja, das ist einfach perfekt eingefangene Zeit lang. Ich verstehe, aber es ist nicht. Zeit geschehen, live. Es ist nur dumm. Also und vor allem, was ist denn jetzt die Konsequenz, die man aus der Brandenburg-Wahl zieht? Also wenn wir das in dem gleichen Gehabe weitermachen, wie jetzt die Wochen zuvor die anderen Landtagswahlen, dann müsste ja jetzt die Analyse sein. Also eigentlich hatte der Kanzler mit allem recht, ja, die SPD gewinnt, setzt sich gegen die AfD durch. Also ich würde sagen, die FDP muss raus aus der Regierung, wir machen Rot-Grün, oder? Das ist doch das, was wir jetzt daraus ziehen müssen als Schluss. Mindestlohn 17 Euro bundesweit ist der Schluss, den wir daraus ziehen müssen. Und vor allem Brücken bauen, denn in Dresden, man ist sowieso nicht arm an Attraktionen. Man schleust die Leute durch die Kirche und dann nochmal über den Platz vor der Kirche und dann den Fürstenzug entlang. Und dann guckt man sich nochmal hier und da die tolle Architektur an und jetzt hat man halt noch ein weiteres Spektakel. Es ist die Brücke einfach. Die ist kaputt und das macht sie interessant. Hier wird erstmal lange Zeit nichts mehr fahren. Die noch stehenden Brückenteile gesperrt. Unklar, ob sie jemals wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Dresdner kommen in Scharen zur Unglücksstelle, können nicht fassen, was sie sehen. Das passiert eigentlich nicht in Deutschland, weil wir so eine beflissene Bauaufsicht haben. Was ist eigentlich los mit den Männern in Deutschland? Ich meine, da bricht eine Brücke zusammen. Sie sagt, oh, das hätte eine Megakatastrophe sein können und er kann nicht lassen und muss ja noch ein bisschen seine Liebe im Fernsehen zeigen, kuschelt sich hinten an sie. Erster Fernsehauftritt. Das ist natürlich gut. Ein starker Mann, der dahinter steht und unterstützt. Hinter jeder klugen Frau, die ein Statement gibt, steht ein Mann, der sie nochmal ankuschelt. Ein Mann, der sie umarmt. Aber hier hätte ich gesagt, ja, Eintrittsgeld kassieren. Das war mein erster Gedanke. Das ist also eine der wichtigsten Brücken in ganz Dresden, würde ich einfach mal sagen. Das wird sich jetzt die nächsten paar Jahre ein bisschen staunen hier. Der betroffene Brückenabschnitt sollte 2025 saniert werden. Dass es so schlimm um die Brücke stand, habe man nicht gewusst, heißt es von der Stadt. Experten sprechen von Sanierungsstau. In ganz Deutschland gäbe es marode Brücken. Ja, irgendwie sind alle um diese Diskussion da herumgekommen. Das finde ich wirklich erstaunlich. Ja, weil ich meine drei Tote und Gott sei Dank nicht passiert, aber eine andere Zahl von Verletzten und Toten. Und das ist eine Diskussion, die stürzt ein Bürgermeister 100 Prozent und bringt auch Ministerpräsidenten und Co. in eine Bedrängnislage. Weil wie kann es denn sein, dass die Antwort darauf ist, man wusste es nicht? Also und sie spricht es ja eigentlich in ihrem kurzen Statement schon an, dass das eigentlich ein Bild wie aus unserer Selbstwahrnehmung als Deutsche, als pünktlich und überall ist ein TÜV-Zertifikat drauf und so weiter und so fort, eigentlich nicht zulässig ist. Also das ist eine Vorstellung, die assoziiert man irgendwie mit den Südländern in Italien und Co., die dann ein bisschen zu viel Sand im Beton haben und so, wegen Korruption und Co. Aber dass sowas in Deutschland passiert, ist eigentlich unvorstellbar. Und der jetzt offensichtlich auch noch nicht einfach eine Brücke irgendwo, sondern eine der viel befahrensten Brücken überhaupt, eine der zentralen Brücken in Dresden, die jetzt für Jahre wahrscheinlich gesperrt wird. Keine Ahnung, was da mit den Wasserwegen jetzt passiert, wie man das überhaupt alles räumt und so. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, der damit verbunden ist, finanzieller Art, aber dann halt eben auch wahrscheinlich wirtschaftlicher Art für die Menschen, die dort leben. Und trotzdem ist man an dieser Diskussion irgendwie völlig vorbeigekommen und ja auch an der größeren Diskussion, die da dranhängt, die ja jetzt hier auch schon vielfach angerissen wird und die wir ja auch gleich noch besprechen. Nämlich, wie kann das sein, dass offensichtlich da so ein Sanierungsstau besteht, dass jetzt einfach Brücken einstürzen? Ja, es ist wirklich krass. Und ich muss kurz gucken, wo meine Clips zum Thema sind. Ja, man müsste das mal sammeln, weil es ist ja auch nicht die erste Brücke. Also wir haben ja viele von diesen Zusammenstößen schon mit kleineren Brücken gehabt oder auch Straßen, die marode sind und so weiter und so weiter. Also mich würde das wirklich mal interessieren, wenn man das alles so sammelt, was da eigentlich schon an Folgeschäden auch physischer Natur an Menschen entstanden ist über die letzten Jahre, einfach dadurch, dass wir so einen Rückstau haben. Angefangen bei Schlaglöchern, die irgendwie Motorradfahrer aus dem Tritt bringen, von Steinklötzen, die einfach von Brücken runterfallen und dir die Windschutzscheibe zerschlagen, bis halt jetzt hin zu solchen Extremfällen von ganzen Brücken, die irgendwie in sich zusammenstürzen. Also, wir haben eine Diskussion zum Thema, die wir kennen, nämlich Intel baut jetzt doch nicht. Und genau diese Clips habe ich nicht, dass Intel jetzt doch nicht baut. Und ich wollte eine kleine Pointe machen zum Thema, wenn eine Brücke einstürzt, dann kann man ja das gar nicht als großes Problem ansehen, denn man darf sie halt nicht brauchen. Eine Brücke kostet ja auch Geld. Aber wenn man eine Brücke nicht braucht, wie zum Beispiel, Ah, jetzt erinnere ich mich noch inhaltlich. Es gibt eine Zugverbindung zu den Batteriewerken von Northvolt. Genau, ja. Und da gibt es eine Brücke, die da gebraucht wird. Und die Brücke ist aus Eisen und über 100 Jahre alt. Und deswegen muss Northvolt, die also Batterien herstellen wollen für Autos, jetzt auf LKWs setzen, um dieses Werk zu bauen. Und das fand ich doch irgendwie sehr schräg, so insgesamt muss ich sagen. Also sowas verstehe ich dann einfach nicht, wie es dazu kommen kann. Und daran anschließend gab es dann eine Debatte im Bundestag. Nee, nicht daran anschließend, sondern wir kennen ja noch die Haushaltsdebatten, die geführt werden, in denen es ja im Bundestag immer heißt. Wenn wir ehrlich analysieren, was es mit diesem Haushalt 2025, mit diesem Entwurf auf sich hat, kann man nur sagen, er ist maximal unrealistisch, er ist unehrlich und er ist auch verantwortungslos. Vor der heutigen Einbringung des Haushalts hatte es nächtelange Verhandlungen der Ampel gegeben, dann eine erste Einigung, dann Nachverhandlungen, dann eine zweite Einigung. Und doch blieb ein Loch, die sogenannte globale Minderausgabe, die mit 12 Milliarden Euro diesmal ungewöhnlich hoch ist. Und noch ungewöhnlicher, nun sollen die Parlamentarier dieses Loch verkleinern. Sanfte Kritik daran kam sogar aus der Ampel selbst. Ich finde, sie machen sich da schwächer, als sie sind. Ich bin der festen Überzeugung, wenn diese Regierung vernünftig arbeitet, wird sie am Ende weniger als 12 Milliarden Euro liegen haben. Und jetzt schickt mir auch noch YouTube einen Hinweis, dass sie nicht genug Daten empfangen werden. Also gut, ich habe ja gerade im Chat gesagt, im Zweifel einfach den Audio-Podcast morgen hören. Video kann ich ja danach liefern. So, also der Bundestag debattiert über den Haushalt, den ja die Ampel in den Bundestag gab, mit dem Hinweis, übrigens, wir haben noch nicht alles geklärt, es fehlen noch 12 Milliarden. Ja. Da wird das groß diskutiert und auch nochmal flankiert, denn der BDI setzt auf Wirtschaftswachstum. Und ich sage, was für Naivlinge. Ingo auch, der das moderiert. Das Zusammenstellen des Haushalts würde dem Finanzminister natürlich leichter fallen, wenn die deutsche Wirtschaft wieder etwas mehr anziehen würde. Das klappt aber nur, wenn deutsche Unternehmen international wieder wettbewerbsfähiger werden, warnte heute der Bundesverband der deutschen Industrie. Ja. Und wenn man das jetzt verkoppelt mit dieser Nachricht, dann ergibt doch 1 plus 1 2. Der Chipkonzern Intel will den Bau eines Werks in Magdeburg auf Eis legen. Das Projekt werde voraussichtlich um zwei Jahre verzögert, teilte Firmenchef Gerzinger in einer Erklärung im Internet mit. Intel kämpft mit Verlusten und hat ein Sparprogramm eingeleitet. Rund 30 Milliarden US-Dollar wollte der US-Konzerne Magdeburg investieren. Mindestens 3.000 neue Jobs sollten entstehen. Die Bundesregierung hatte dazu 10 Milliarden Euro an Staatshilfe zugesagt. Weil das heißt doch jetzt, wenn die FDP auf die Idee kommt, wir sind ja so wirtschaftsfreundlich und, nee, nicht wirtschaftsfreundlich, sondern wirtschaftskompetent, dass man unterstellt, Merz, der kennt sich aus mit Wirtschaft und FDP, also Bedenken Second, Wirtschaft First und so. Und die machen dann so ein Haushaltstheater und sagen, nee, nee, das muss aber alles passen. Dann passt es auch. Man muss nur eins machen, Wirtschaft runterfahren. Intelwerk einfach nicht bauen. Da sind die 10 Milliarden. Haben sie sie gefunden. Geht die Warte bei 10 Milliarden auf. Ja, sind wir bei 2 Milliarden, kann man so machen. Das verspielt sich am Ende. Also es ist wirklich erstaunlich. Und so wird es dann auch gesagt. Also das hier, was wir jetzt sehen, ist Wirtschaftskompetenz im Börsenbericht. Der Finanzminister Lindner würde mit dem Geld am liebsten Haushaltslöcher stopfen. Wirtschaftsminister Habeck will dagegen Kurs halten. Ja, Lindner möchte mit den 10 Milliarden, die man jetzt nicht ausgibt, um die Wirtschaft und damit auch in Deutschland Kompetenzen anzusiedeln, einfach die Lücken füllen und Habeck so Kurs halten. Der Idiot, der will Kurs halten. Der will nur wieder Programme und irgendwas und so. Nein, das Geld muss einfach zurück. Also es ist wirklich erstaunlich. Ja, das ist die gewollte Rezession. Ja, genau. Und in dieser Diskussion, ob jetzt, weil Intel sagt ja, wir verschieben das um zwei Jahre und wir alle denken uns so, ah ja gut, dann brauchen wir das Geld in zwei Jahren. Der Bürgermeister vor Ort. Werden die Pläne doch noch realisiert, müsste die Bundesregierung in zwei Jahren erneut Geld bereitstellen. Bürgermeister Jörg Medner glaubt aber nicht mehr daran, dass hier jemals eine Fabrik gebaut wird. Ja, das ist ja nicht so. Also vor Ort, da wo man sich wahrscheinlich am meisten damit auskennt, sagt man schon, nee, da glauben wir nicht mehr dran. Nee, ich glaube da jetzt auch nicht mehr dran. Also es geht da um eine Investition von Intel aus von 30 Milliarden und von der Bundesregierung aus von 10 Milliarden. Also das ist ja richtig Geld. Und ich glaube, wenn man jetzt diesen Planungsprozess abbricht, dann dauert das auch eine ganze Weile, bis du wieder so einen Planungsprozess eingeleitet hast und so weiter. Genau, wenn das einmal eingeschlafen ist. Ich glaube auch, es wird einfach nicht kommen. Ich glaube, das Ding ist durch. Da hat man ja auch so eine gewisse Pfadabhängigkeit. Wer weiß denn, ob Intel in zwei Jahren noch dasselbe Management hat. Vielleicht gibt es da gar keinen mehr, der sich daran erinnert, dass es da eine Entscheidung gab. Und ich finde es sowieso witzig, dass die deutsche Bundesregierung 10 Milliarden verspricht und ein halbes Jahr später von Unternehmensseite alleine aus, ohne Rücksprache, einfach gesagt werden kann, nee, doch nicht. Ja, dass da nichts irgendwie gegossen ist, dass es einfach jetzt durch ist. Haben die sich da einfach getroffen und so Handschlag gemacht oder was? Es hört sich auf jeden Fall ein bisschen so an. Ich glaube, man war einfach so happy. Man fand das so eine tolle Sache und hat direkt gesagt, 10 Milliarden, hier, let's go. Und wenn sie sich jetzt zurückziehen, hat man auch keinerlei Vertragswerk oder so, wo man sie jetzt irgendwie zwingen könnte. Aber ja, es passt ja auch super mit der Brücke zusammen. Also wir, im Kontrast zu den BRICS-Staaten und Co., die irgendwie ganz groß aufbauen, riesen Infrastrukturprogramme in Indien und Co., wir machen genau das Gegenteil. Also wir fahren einfach zurück. In Ostselstern lebt ja bald eh keiner mehr, brauchst auch keine Brücken mehr, kannst auch zusammenstürzen lassen und so, musst auch nichts Neues mehr bauen, das passt schon. Also es wird weiter von der Substanz gezerrt und man merkt jetzt, die Substanz ist auch langsam am Ende. Und wir bauen auch nichts Neues auf. Das haben wir ja bei allen anderen Großprojekten ähnlich. Also sei es die Ladehersteller, die irgendwie Probleme haben, weil die Infrastruktur nicht hinterherkommt, was die Trassen anbelangt und die Grundversorgung, die Speicherplätze. Oder sei es halt irgendwie das Ausbaggern von irgendwas und so. Also wir hängen ja bei allem hinterher, da läuft ja gar nichts mehr. Und dann hast du auch keine Planungssicherheit, Planungssicherheit mehr für die Zukunft als Unternehmen und dann kannst du das auch lassen. Also das verunsichert natürlich maximal. Und so stärkt man dann halt noch das Gefühl von, Deutschland ist auf dem absteigenden Ast, was ja politisch eh die ganze Zeit schon so als Mantra durchläuft. Von wir müssen alle ärmer werden und so, aber gut schon. Ich will das auch nochmal, also ich meine diese 10 Milliarden, die kann man sich ja wirklich visualisieren. Ich habe es ja schon ein paar Mal beschrieben. Das höchste Haus Deutschlands ist ja jetzt hier in Frankfurt am Main fertiggestellt worden. Kosten 1,4 Milliarden. Für 10 Milliarden kann man also die halbe Skyline Frankfurt am Mainz irgendwo hinbauen. Also das würde wirklich einen sichtbaren Effekt machen. Da würden dann zehntausende Menschen arbeiten können, in den neuesten Büros angeschlossen an, was auch immer und so. Und das passiert da jetzt einfach nicht. Also das ist auch mehr als ein Brückeneinsturz, wenn Intel da sagt, wir machen jetzt diese Infrastruktur nicht und so. Wenn die Entscheidung so groß ist, dass sie die Ampel rettet, weil sie den Bundeshaushalt wieder gerade biegt, dann ist das wirklich eine katastrophale Schieflage. Ja. Aber es ist sehr gut, dass einfach alle durch, ja dann handeln wir einfach nicht, sich retten können. Das ist wirklich erstaunlich. Problem gelöst, ja. Es muss dann irgendjemand anders halt in Zukunft ausbaden, wenn man sich dann wieder fragt, wo eigentlich die ganzen Kompetenzen hingewandert sind. Ja.